Sommer, Sonne, Sonnenschein. Alle sind draußen in der frischen Luft beim Baden oder im Eiskafé und trotzdem passiert es, dass manchmal ein Kind oder ein Hund im Auto allein zurückbleibt. Was könnt ihr als Außenstehende tun? Wann dürft ihr die Scheibe einschlagen? Solche Fragen beantworten wir heute in diesem Video. Wenn das Auto gerade im Sommer in der Sonne steht, kann es sehr schnell Backofentemperaturen erreichen. Temperaturen bis zu 60 Grad im Innenraum sind ohne weiteres möglich. Und da ändern auch leicht geöffnete Fenster daran überhaupt nichts. Bei Messungen hat man festgestellt, dass bereits nach 10 Minuten Temperaturen von 38 Grad und nach 20 Minuten von 45 Grad erreicht werden. Auch leicht geöffnete Fenster ändern daran gar nichts. Da waren die Werte immer noch bei 36 bzw. bei 42 Grad Celsius. Die Hitze im Fahrzeug ist also nicht zu unterschätzen. Das könnt ihr natürlich von außen nicht ohne weiteres feststellen. Gerade bei Elektrofahrzeugen kommt es nämlich vor, dass man gar nicht bemerkt, dass die eine laufende Klimaanlage haben und der Innenraum immer noch gut gekühlt ist. Allenfalls an einem leichten Surren kann man da feststellen, dass das Auto wirklich aktiv ist. Jetzt kommt ihr aber in eine Situation, wo ihr ein Auto entdeckt, wo im Sommer in der Sonne stehend ein Kind oder ein Hund im Auto ist. Und ihr wisst nicht, was los ist. Ist es wirklich ein Notfall, dann klärt doch erstmal, wenn ihr es nicht von außen feststellen könnt, mittels Klopfen an der Scheibe, ob hier tatsächlich eine Reaktion im Innenraum erfolgt. Wenn Hund und Kind aktiv sind und sich da ganz normal bewegen, ist davon auszugehen, dass wohl eine Klimaanlage auch noch am Laufen ist. Oder ihr erkennt etwa bei einem Blick im Auto, dass dort eine Temperaturanzeige euch darüber Auskunft gibt, dass tatsächlich die Temperaturen noch im normalen Bereich sind und damit entsprechend Entwarnung herrscht. Ist das aber nicht der Fall und ihr bemerkt Erhitzungserscheinungen, etwa indem die Insassen apathisch sind oder gerade bei Hunden ein starkes Hecheln vorhanden ist, dann solltet ihr Folgendes tun. Ruft die Polizei unter der 110 oder die Feuerwehr unter der 112, bleibt da im Auto, beobachtet das weitere Geschehen und wartet, bis die Rettungskräfte eintreffen. Sollte sich die Situation wirklich verschärfen und ihr zum Handeln gezwungen seid, sucht euch dringend Zeugen, bevor ihr zur Aktion schreitet. In erster Linie die Frage, darf ich die Scheibe einschlagen? Wenn ihr feststellt, dass ein lebensbedrohlicher Zustand vorliegt oder sich die Situation im Fahrzeuginnern zunehmend verschlechtert, bevor Rettungskräfte eintreten, habt ihr eigentlich bei einem verschlossenen Fahrzeug nur die Chance, durch das Einschlagen einer Scheibe hier zur Verbesserung der Situation beizutragen. Wenn ihr die Scheibe einschlagt, begeht ihr aber damit rechtlich gesehen eine Sachbeschädigung, die gemäß § 303 des Strafgesetzbuches strafbar ist. Euer Handeln kann aber gedeckt sein von § 34 des Strafgesetzbuches, der vom rechtfertigenden Notstand spricht. Das bedeutet, dass in einem Notfall, wo akute Gefahr für Leib und Leben besteht, eine rechtswidrige Tat nicht dazu führt, dass ihr dafür bestraft werdet. In dem Fall, dass ihr die Scheibe einschlagt, einen Schaden verursacht, um eben die Insassen zu retten. Soweit die strafrechtliche Seite. Doch auch wenn ihr eine Seitenscheibe einschlagt, entsteht ein Schaden, für den ihr normalerweise zivilrechtlich haften würdet. Doch auch das wäre vorliegend nicht der Fall nach § 228 des Bürgerlichen Gesetzbuches, da ihr ja diese Zerstörung oder Beschädigung einer Sache deswegen vornehmt, um eben eine Gefahr abzuwenden. Und als Tipp, um später nicht in die Bedulie zu geraten mit einem Streit, ob das Einschlagen einer Scheibe wirklich erforderlich gewesen ist, solltet ihr vielleicht vorher kurz bei Polizei oder Feuerwehr, die ihr ja sowieso vorher kontaktiert habt, oder eben auch mit Zeugen besprechen und die ganze Sache eben filmen, um festzuhalten, was im Einzelfall wirklich hier gelaufen ist. Und jetzt noch zur technischen Seite. Es ist gar nicht so einfach, eine Autoscheibe zu zertrümmern. Die Scheiben stehen unter Spannung und sind dementsprechend mit stumpfen Gegenständen, wie beispielsweise mit einem Stück Holz oder mit einem Fuß, gar nicht so leicht zu zertrümmern. Da braucht man schon ein geeignetes Werkzeug, wie beispielsweise einen Hammer. Auch sollte man es unterlassen, durch die Frontscheibe versuchen, ins Fahrzeug zu kommen, weil die hält sehr viel statt. Nehmt auf alle Fälle eine Seitenscheibe, die möglichst weit weg ist von der Person oder dem Tier im Fahrzeug, um eben Splitterwirkung zu vermeiden und auch den Schaden möglichst gering zu halten. Italien hat übrigens die Gefahr für sich wahrgenommen und entsprechend gehandelt. Dort ist es seit November 2019 Pflicht, dass bei Kindern unter drei Jahren nur noch Kindersitze verwendet werden, die ein integriertes Alarmsignal aussenden können. Wenn also ein Kind im Fahrzeug vergessen wird, dann entsteht dort ein Alarmturm und es kann zusätzlich über eine App eine Benachrichtigung auf dem Handy des Elternteils eben erfolgen, um eben zu verhindern, dass die Kinder zu Schaden kommen. Wer diese Pflicht zur Benutzung eines geeigneten Kindersitzes ignoriert, der riskiert übrigens ein Bußgeld von mindestens 83 Euro und im Wiederholungsfall von zwei Jahren sogar ein Fahrverbot von mindestens 15 Tagen, was allerdings nur auf italienischem Staatsgebiet gilt. Wichtig dabei ist, die Pflicht zur Verwendung dieser Kindersitze gilt nur für in Italien zugelassene Fahrzeuge. Das kann für euch dann vor allem aber wichtig werden, wenn ihr ein Fahrzeug in Italien anmieten wollt. Dann habt ihr über die Vermietfirma sicherzustellen, dass bei Kleinkindern eben entsprechende Kindersitze mit angeboten werden. Und zum Abschluss nochmal zurück nach Deutschland. Einige versuchen das Hitzeproblem dadurch zu bewältigen, indem sie die Fenster komplett offen lassen oder sogar das Fahrzeug unverschlossen lassen, um Kinder oder Hunde eben im Auto zu lassen. Da kann es aber drohen, dass das Fahrzeug abgeschleppt wird. Unter welchen Voraussetzungen das möglich ist, erklären wir euch in diesem Video. Das war es heute zum Thema Hitze im Fahrzeug. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen rauf und ansonsten bis zum nächsten Mal.